Das war Wahnsinn, du kannst nicht hier auf Polack Was sollst du sagen? Du kannst doch nicht hier Polack Polack meine ich Den Lack von einem Po ich möchte verprachen indem du einen losschickst Ich wollte eigentlich nur blocken, Alter. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Robin hier gerade Alexi wechselt. Ich habe einen losgeschickt. Und an euch Frauen da draußen, ich bin gerade oberkörperfrei. Oberkörperfrei, Achtung. Das kann man nicht hochladen. Stimmt, da müssen wir den Lippen zensieren. Nee, ich nehme Pollack. Das kann man nicht bringen. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Ich gucke mal eben auf mein modernes Handy hier. Nee, das ist der Wecker. Geh mal. Findest du Alexi Bexi gut? Ich mag den ganz arg. Wieso guckst du den dir dann an? Ich bin Fan. Indi, guckst du dir an? Wieso guckst du den dir an? Guck mal, dein hübsches Gesicht. Ich bin Fan. Dann stelle ich mal scharf hier auf das Nostrafo-Symbol. Ja, hier sind wir nicht angemeldet. Das habt ihr nicht gesehen. So. Schlug ein wie eine Abrissbirne. Original. Okay, hier ist übrigens nur die Straße. Jetzt will ich mal gucken, wie spät es ist. So spät ist es. So spät ist es. Tsch, tsch, rupsch.